Hallo ihr lieben Leute, ich bin heute hier komplett in der verkehrten Welt, aber seht selber, ich werde jetzt mal hier durch das Haus fliegen. Seht ihr, wie einfach es geht? Man kann hier durch die Räumlichkeiten fliegen. Es ist wunderschön und es macht Spaß. Ich fliege mal rüber zu dem Sessel da, zu dem Stuhl. Achtung, Moment. So, jetzt kann ich mir noch ein bisschen sprechen. Leute, alles was ihr gehört habt, von wegen rechten Winkel und alles drum und dran, alles Quatsch, passt mal auf. Jetzt schaut mal, hier, schaut mal da, vom Weiten durchs Fenster. Da, ist alles schief, komplett schief. Wo ist da ein rechter Winkel? Da, da, dort, hier, ist das ein rechter Winkel? Nein, ich fliege mal wieder weiter. Ach, ich muss mich mal kurz ausruhen. Liebe Grüße.